Hey Leute und willkommen bei mir NixGaming. Heute zeige ich euch einen neuen Glitch und zwar wie ihr innerhalb von nur 3 Minuten 1 Million Rubine in Zelda Tears of the Kingdom erhalten könnt. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Helft mir die 100.000 Abos auf meinem YouTube Kanal zu knacken. Falls ihr wissen wollt mit welcher Version dieser Glitch funktioniert, dann schaut auf das Thumbnail oder in die Videobeschreibung. Dort sind alle Versionen mit denen dieser Glitch funktioniert markiert. So, dann würde ich mal sagen, kommen wir erst ganz kurz zu den Dingen, die ihr benötigt, damit der Glitch bei euch funktioniert und dann zeige ich euch den Glitch. Also, ihr müsst euch zuerst einmal an einem Stall befinden, denn wir benötigen jetzt gleich Terry, der sich aktuell bei mir hier drüben befindet. Genau, den findet ihr an jedem Stall, ganz egal wo, den findet ihr überall, aber ihr müsst euch an einem Stall befinden und ihr benötigt 1 Euro Pferde direkt hier beim Stall, denn das benötigen wir jetzt ebenfalls. Zusätzlich benötigt ihr dann noch ein Material, das sehr viele Rubine beim Verkaufen bringt. In dem Fall würde ich euch empfehlen, Diamanten zu verwenden. Die sind im Spiel das bestbezahlteste Material. Ihr bekommt 500 Rubine pro Diamant. Ihr könnt diesen Glitch aber natürlich auch mit allen anderen Edelsteinen machen, also das ist gar kein Problem. In dem Fall bekommt ihr dann halt nur weniger Rubine und es dauert halt länger, um viele Rubine zu bekommen. Aber ja, ich würde euch natürlich empfehlen, verwendet Diamanten, ihr braucht auch mindestens 5 Stück davon. Also ihr braucht mindestens 5 Diamanten, damit der Glitch funktioniert. Im besten Fall habt ihr so viele wie möglich, denn je mehr Diamanten ihr habt, desto schneller bekommt ihr Rubine. Später mehr dazu. Ich zeige euch hier auch ganz kurz, wie ihr Diamanten bekommen könnt. Diamanten bekommt ihr in ganz Hyrule zufällig von normalen und seltenen Erzbrocken. Ihr findet extrem viele seltene Erzbrocken in Eldin. Ich habe euch die seltenen Erzbrocken mit einem Erzbrocken-Symbol markiert. Wie schon gesagt, droppen Edelsteine nur per Zufall. Wollt ihr aber zu 100% zum Beispiel Diamanten bekommen, dann speichert einfach vor einem seltenen Erzbrocken ab und ladet erneut, falls ihr nicht die gewünschten Edelsteine erhalten habt. So, habt ihr dann euer Pferd an einem Stall, seid an einem Stall und habt ihr Diamanten, dann kann der Glitch auch schon beginnen. Ich befinde mich hier übrigens beim Stall von Südakala. Ihr könnt theoretisch gesehen überall zu jedem Stall hingehen. Ich bin jetzt bei diesem Stall hier, denn wir brauchen gleich eine Erhöhung und hier gibt es mehrere Möglichkeiten, die zeige ich euch aber auch gleich. Jetzt ist aber noch eines ganz wichtig und zwar bevor wir loslegen, achtet darauf, dass ihr morgens an diesem Stall seid. Denn ihr seht es gerade, Terry, der bewegt sich jetzt, da wir abends haben, langsam in den Stall hinein. Sobald ihr in dem Stall drin ist, habt ihr keine Chance mehr, Terry später mit einem Pferd zu erreichen. Deswegen achtet darauf, dass es morgens ist, denn dann läuft Terry um den Stall herum und er befindet sich auf jeden Fall draußen. Es sollte auch ebenfalls nicht regnen, also achtet auch ein bisschen auf euer Wetter. Hier seht ihr es schon bei mir. Ja, es ist bewölkt und später regnet es, dann schlafe ich oder warte ich lieber noch einmal, denn wenn es regnet, dann befindet sich Terry teilweise auch im Stall und dann funktioniert das ebenfalls nicht. Also da achtet ein bisschen drauf. Was haben wir jetzt? Ja, jetzt ist es sonnig und später wird es bewölkt und dann kommt erst mal ein Gewitter, aber das passt. Das kriegen wir hin. Was wir nun benötigen, ist unser Pferd in der Nähe einer Erhöhung. Ihr könnt theoretisch gesehen hier diese Erhöhung verwenden, ihr könnt den Baum theoretisch verwenden, ihr könnt auch den Stall verwenden. In diesem Fall müsst ihr jetzt euer Pferd gleich in die Nähe stellen und hier runter springen und auf dem Pferd landen. Bevor wir aber das Ganze machen, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, einmal in euer Menü zu gehen und einmal abzuspeichern. Denn sollte irgendetwas schief gehen, dann könnt ihr einfach ganz einfach neu laden und es passiert euch nichts. Ihr könnt aber, falls ihr diese ganzen Erhöhungen nicht verwenden wollt, könnt ihr natürlich auch hier drüben einfach kurz ein paar Bretter nehmen und euch eine Erhöhung selber zusammenbasteln. Ist auch gar kein Problem, funktioniert genauso. Dann nehmt ihr einfach diese länglichen Bretter 2 und dann einmal dieses große Brett. Das legt ihr flach auf den Boden. So. Das platziert ihr dann hier seitlich. Einmal so. Und das andere auf der anderen Seite. Und zwar so. Und jetzt habt ihr auch hier eine eigen erstellte Erhöhung. Die funktioniert ebenfalls. Ihr müsst nur damit auf eurem Pferd landen können. Die kann ich jetzt auch direkt schon so hinstellen. Da muss ich dann meinen Ja gut, mein Pferd reitet ein bisschen weg. Aber egal. Die stelle ich jetzt hier so perfekt hin. Und nehmt mein Pferd und reitet damit in die Nähe, damit ich drauf landen kann. So, schauen wir mal. Und zwar ungefähr so. Das müsste jetzt passen. Ich teste es auch einmal davor, bevor wir den Glitch machen. Und zwar müsst ihr jetzt gleich nachher hier an der Kante stehen, dann nach vorne laufen und X drücken. Und dann müsst ihr auf eurem Pferd landen. Perfekt. Funktioniert. Also, so muss das Ganze stehen. Nun klettert ihr hier nach oben. Stellt euch hier an die Kante und haltet R gedrückt. Also eure Wurftaste. Nun wählt ihr hier ein Material aus und in diesem Fall sortiere ich jetzt zu den Diamanten und ihr wählt hier die Diamanten oder die Edelsteine aus, mit denen ihr die Rubine generieren wollt. Also die ihr dann später verkaufen wollt. In dem Fall am besten Diamanten. Und lasst hier euer Stollkreuz nach oben los. Und jetzt habt ihr, wie ihr schon seht, den Diamant in der Hand. Was ihr nun macht, ist, ihr drückt jetzt euren linken Stick nach vorne. Also ihr bewegt euch nach vorne. Haltet währenddessen, aber weiterhin immer R gedrückt. Springt. Und kurz bevor ihr auf eurem Pferd aufkommt, drückt ihr Plus. Also ihr öffnet euer Inventar. So, und jetzt. Jetzt müsste ich, kurz bevor ich auf dem Pferd aufkomme, habe ich jetzt Plus gedrückt. Und jetzt gehe ich zu meinen Materialien. In dem Fall zu meinen Diamanten. Und nehme davon 5 Stück in die Hand. Übrigens, sollte bei euch dieses In-die-Hand-Nehmen ausgegraut sein. Also solltet ihr keine Diamanten oder keine Materialien in die Hand nehmen können hier. Dann habt ihr zu früh Plus gedrückt. Also dann, ihr müsst euch, im Grunde ist es so, ihr müsst tatsächlich gerade so euer Pferd berühren und dann Plus drücken. Dann funktioniert das ohne Probleme. Was ihr jetzt macht, ist, ihr drückt hier im Menü, wenn es bei euch geklappt hat und ihr 5 Diamanten in der Hand haltet, einmal Minus. Dann drückt ihr einmal L, um in euer Tagebuch zu gehen. Und hier geht ihr nach unten zu euren Erinnerungen und spielt irgendeine Erinnerung einmal ab. Keine Sorge, die Erinnerung könnt ihr auch direkt wieder einmal mit X und dann mit Plus überspringen. Hier angekommen, drückt ihr dann wieder einmal Plus, um in euer Inventar zu gelangen. Und hier bei den Materialien nehmt ihr wieder die 5 Diamanten in die Hand. Und hier drückt ihr dann wieder Plus. Und wie ihr hier schon seht, die Diamanten haben sich jetzt irgendwie zusammengesetzt, die ich in der Hand halte und die liegen hier jetzt einfach rum. Aber das ist gar kein Problem, das soll so sein. Wenn das so bei euch genauso ist, ist es perfekt. Wichtig ist jetzt, ihr müsst jetzt auf eurem Pferd bleiben. Ihr dürft euer Pferd nicht mehr verlassen. Wir reiten nämlich jetzt zu Terry hier rüber. Könnt auch ein bisschen Gas geben. Achtet nur darauf, dass ihr nicht die falsche Taste drückt und runterfällt. Oder runter springt von eurem Pferd. So. Ihr seid ganz nah an Terry dran. Normalerweise könnt ihr jetzt Terry anvisieren und A drücken. Das funktioniert aber nicht. Ihr könnt so mit Terry nicht sprechen. Wie das Ganze aber funktioniert ist, ihr haltet wieder R gedrückt und wählt ein Material aus, das ihr werfen wollt. Und dann könnt ihr mit ZL und A, also R gedrückt halten weiterhin und dann mit ZL und A mit Terry sprechen. Auf dem Pferd. Ganz wichtig. So, hier könnt ihr wieder seinen ganzen Text abbrechen, bis ihr zum Punkt kommt, dass ihr verkaufen wollt. Ihr möchtet jetzt Material verkaufen. Und in diesem Fall seht ihr jetzt schon, dass es hier einen Fehler gibt. Rechts im Bild, bei der großen Ansicht, seht ihr, ich habe 87 Diamanten in meiner Tasche. Bei meiner linken Auswahl, bei den ganzen Materialien, seht ihr, ich habe aber 82 Diamanten in meiner Tasche oder die ich verkaufen kann. Wenn ich jetzt aber meine Diamanten auswähle und alle verkaufe, also ich kann hier auch nach oben gehen, dann seht ihr schon, ich kann aber 87 verkaufen. Ich gehe jetzt auch auf alle verkaufen, das sind dann 87 Stück. Genau. So. Und jetzt seht ihr, bei der linken Auswahl habe ich minus 5. Also das ist echt sehr, sehr komisch. Das ist aber gar kein Problem und das ist genau richtig. Das ist, was wir haben wollen. Denn jetzt gehen wir mit B wieder zurück und wir gehen wieder auf verkaufen und ihr seht, wir haben wieder alle Diamanten. Das heißt, wir gehen wieder auf alle verkaufen. Ja. Gehen hier wieder einmal zurück mit B. Gehen wieder auf verkaufen und ihr habt hier wieder alle Diamanten. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, je mehr Diamanten ihr habt, desto schneller bekommt ihr jetzt Rubine. In diesem Fall habe ich knapp 100, also bekomme fast 50.000 Rubine pro verkaufen. Also alle ungefähr 10 Sekunden. Habt ihr aber jetzt 200, 300 Euro Diamanten in eurer Tasche, geht das natürlich noch viel, viel, viel schneller. Also das liegt dran, aber man kann ungefähr sagen, ja in diesem Fall würde ich jetzt so, wahrscheinlich wenn ich noch etwas schneller bin, bekomme ich so eine Million Rubine in drei Minuten oder so. Ich verkaufe jetzt mal bis zu Millionen und dann würde ich sagen, sind wir hiermit auch fertig und dann zeige ich auch noch ganz kurz, wie ihr diesen Gletsch dann auch wieder beendet, damit alles wieder normal ist. Und ihr seht schon mehr als 999.999 Rubine könnt ihr auch gar nicht bekommen. Ihr könnt theoretisch gesehen immer mehr verkaufen, aber ihr bekommt halt keine Rubine mehr dafür. Nun gut, aber wenn ihr dann soweit seid, dann geht einfach hier wieder raus mit B und auch hier mit B. Und wenn ihr das Ganze wieder abbrechen wollt, also diesen Gletsch beenden wollt, wenn ihr fertig seid, mit den ganzen Rubinen erhalten, dann steigt einfach von eurem Pferd ab, nehmt hier die Diamanten wieder in eure Tasche und damit habt ihr die Diamanten immer noch. Also die sind auch nicht weg oder so, ihr habt immer noch eure kompletten Diamanten alle in eure Tasche und habt jetzt eine Million Rubine in drei Minuten erhalten. Das ist einfach nur der Wahnsinn. Genau, und das war es auch schon wie diesem Gletsch. Wenn auch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst einen Like da, werdet Mitglied, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein! Bis zum nächsten Mal Untertitelung. BR 2018